Es ist Zeit wieder Welpen zu retten hier auf der Wii U. Wir haben noch eine leere Hütte hier und wir werden jetzt nach draußen gehen und ins Stadtzentrum warten, wann das Telefon klingelt und dann werden wir nochmal einen Welpen hier draußen retten. Ich warte darauf, dass das Telefon klingelt. Ich warte immer noch. Ich roll mal ein bisschen ran. Es klingelt einfach nicht. Warum nicht? Aha! So, Suche im Stadtzentrum. Und es wurde selbst im Stadtzentrum gesehen. Ein Labrador. So. Und zwar fahren wir jetzt links und direkt wieder links. Wir werden diese Abkürzung versuchen zu nehmen. Ich darf die nur nicht verpassen. Ich kann nämlich hier hochfahren. Und zwar da. Wenn ich nicht hier vorgefahren wäre. So. Ich fahre heute aber auch wieder ein Kumpel hier zusammen. Okay. Sind wir schon da? Wir sind schon da. So. Wir müssen das Vertrauen gewinnen. Na los. Wähl einmal für mich. Dann finde ich dich. Hab keine Angst. Willst du ein Leckerli? Oh. Okay. Ein Leckerli für dich. Ich sorge für dich, Hündchen. So. Da bringen wir den Guten mal wieder. Was heißt mal wieder? Bringen wir den Guten mal zurück. Dorthin, wo es sicher ist. Nämlich bei uns. Hätte ich ja schon fast hinlaufen können. Ähm. Ich bin gerade nicht gut abgebogen. Nichts ist schöner als Welten zu retten. So. Mal sehen, was wir mit den Guten jetzt anstellen müssen. Aber erstmal schauen wir, was für einen Namen er bekommen wird. Hey Skipper. Er braucht viel Liebe. Halt still. Es dauert nicht lange. Was hast du damit gemacht, Hündchen? Ich muss einen Chip einsetzen. Such einen passenden Namen für den Welpen aus. Peanut. Wir nennen den guten Peanut. Der richtige. Ganz sicher. So. Dann zeig mir mal deine wunderschönen Zähnchen. Putzen wir die Zähne mal richtig sauber. Also rechts, rechts, links, oben. Ich verspreche, wir kümmern uns um dich. Unten, unten, links, links. Unten, unten, links und links. Sonst haben wir hier noch zwei Löcher. Noch eine kleine Füllung und du bist so gut wie neu. Und da auch noch. Noch eine Füllung und es ist geschafft. Jawohl, damit müssten die Zähnchen jetzt sauber sein. Jetzt ist dein Atem frisch. Und wir haben zehn Knochen verdient. Können wir auch gebrauchen. Okay, ähm. Den hätten wir momentan erledigt. Jetzt schauen wir mal hier. Hier müssen wir einen Besitzer finden. Hm, die Akte ist nicht komplett. Passen Sie zusammen? Die passen zusammen. Ihre Bedürfnisse passen gut zusammen. Ich schaue mal weiter. Nein, nein. Es fehlen einige Informationen. Ja, passt ja schon nicht, weil... Lebensstil oben ist. Dauerglotzen und Persönlichkeit ist hier lebhaft. Sie passen prima zueinander. Und? Lebensstil und Persönlichkeit passen. Passt doch auch. Die, äh, Valentin hat noch einen anderen Hund. Und, äh, oder heißt der Hund Valentin? Ich weiß gerade nicht. Und unser Hund möchte einen Freund haben. Scheint gut zu passen. Deshalb. Der Welpe könnte sich keine bessere Familie wünschen. Werden wir dort mal anrufen. Ich werde dich nicht vergessen. Wuhu! 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 Du bist so eine Süße. Auf Wiedersehen, Barbie. Weiter so mit eurer Arbeit. So, 100 Knochen Belohnung. Valentin hieß der Hund. Okay. Dann werden wir jetzt mal hier schauen. Was können wir hier machen? Auch Spark... Äh, Sparkless... Ja, Sparkless möchte einen... Besitzer, äh... ...finden. Nein, passt nicht. Nein. Lebensstil und Persönlichkeit passen. Oh, ich vermittle so gerne Welpen. Auch hier wieder das Gleiche. Nein, wir haben den perfekten Welpen gefunden. Er hat noch einen anderen Hund. Und der gute Sparkless möchte einen Freund auch haben. Zeit und Geduld haben sich gelohnt. Du bist genau das, was ich wollte. Bis bald. Wir werden euch nicht vergessen. Genau. Bis bald. Und wieder 100 Knochen verdient. So, die zweite Hütte ist schon wieder leer. Was können wir hier jetzt machen? Er möchte jetzt trainieren. Stacey, der Kleine ist mit dem Training dran. Ich zeig dir, was Beifuß ist. Das Spiel ist aber neu hier. Beifuß. Ich weiß gerade nicht so ganz, was ich hier machen muss. Beifuß. Beifuß. Du hast den Dreh ganz schnell raus. Beifuß. Ah, okay. Das verstehe ich, glaube ich. Du brauchst etwas mehr Übung. Wenn er sich zurückfahren lässt, muss ich den Stick nach unten drücken. Und wenn er vorrennt, nach oben, glaube ich. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Beifuß. Du hast den Dreh raus. Gutes Hündchen. Drücke die richtige Taste für Sitz. Öh. Ich weiß aber nicht wo. Und wie. Sitz. Das ist perfekt. Es wurde mir angezeigt. Das ist schön. Okay. Bereit? Bleib. Fantastisch. So, halte den L-Stick nach unten, um anzuhalten. Ja, machen wir. Achso. Ich verstehe. Sobald ich zurückgehe, er muss sitzen bleiben. Und wenn er jetzt aufsteht, dann muss ich den Stick loslassen. Und bleib. Gut gemacht, Kleiner. Aber dieses Trainingsspiel haben wir noch gar nicht gehabt. Ist mal wieder schön, was Neues zu finden und zu sehen. Sehr schön. Und was haben wir jetzt hier noch zum Schluss heute? Äh, ja, pflegen. Dann schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Vielleicht wieder Nägelchen schneiden. Chelsea, ein neuer Kunde für dich. So wie du aussiehst, kannst du nicht nach Hause. Deine Zähne müssen gründlich geputzt werden. Genau, ich, äh, erinnere mich gerade wieder. Super, hast alles geschafft. Ja, sehr schön. Und wir haben heute auch alles geschafft und werden beim nächsten Mal schauen, dass wir, wie viele Hundehütten haben wir jetzt frei? Eins, zwei. Genau, wir werden versuchen, beim nächsten Mal diese zwei Hundehütten hier, äh, wieder mit verlorenen Welpen, äh, zu bewohnen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Passt auf euch auf. Euer MyGamingWorld81.